Wie volatil die Märkte aktuell sind, haben vermutlich am meisten diejenigen festgestellt, die gegen Mittag noch auf der Longseite unterwegs waren. Der amerikanische Markt deutlich nach unten abgesackt. Wir sehen das hier innerhalb von ganz kurzer Zeit. Mal eben schnell 300 Punkte runter. Naja, was sind schon 300 Punkte? Auf jeden Fall für den Nachmittag war es nichts, denn der Kurs ist einfach nach unten weggekippt. Wir sehen damit, dass die Flankensteilheit nach unten nach wie vor gegeben ist. Und natürlich der Verdacht besteht, naja gut, es ist halt und bleibt halt irgendwie weiterhin ein eher korrektives Bild, was wir hier nach oben sehen in diesem Bereich mit Erwartungshaltung, dass wir dann nach unten gehen. Vorsicht, da ist noch dieser Sprung, über den ich jetzt mehrmals gesprochen hatte, drin. Also insofern ist dieser Hochpunkt sicherlich eher zweifelhaft. Trotz alledem, wir sehen, dass die Märkte durchaus auch mal schnell nach unten gehen. Das ist noch nicht der endgültige Beweis, siehste, jetzt muss der Markt einfach nach unten wegbrechen. So schlimm ist die Welt jetzt auch noch nicht. Aber es zeigt zumindest mal, dass diejenigen, die jetzt im Markt vielleicht eine ganz tolle Stimmung haben, sehr, sehr angefasst sind. Und diese Flankensteilheit, die wir ja auch hier vorne schon hatten und sich hier hinten, das ist jetzt noch ein ganz kleiner Move, den wir hatten mit den 300 Punkten, sich hier jetzt weiter fortsetzt. Also wir müssen wohl damit rechnen, dass der Markt tatsächlich aktuell zumindest mal Stärke in dem Sinne nicht kennt. Wenn wir im 5-Minuten-Chart gucken, ist vielleicht der Verdacht sogar da, Mensch, kann man da vielleicht nachher nochmal ein Shorty installieren? Für mich könnte das in etwa so aussehen. Also wenn wir hier einen Schub nach unten haben, korrektiv nach oben oder also korrektiv dreiwellig oder mehrfach wackelnd hier mit Kursüberschneidung nach oben, so in den mittleren Bereich rein, dann wären das hier tolle Fortsetzungen, die dann noch möglich sind. Platz hätte der Kurs, denn wir haben noch eine ganze Menge wieder gut zu machen, nachdem wir da so nach oben gelaufen sind. Selbst wenn wir das hier noch rausrechnen, ja, ihr erinnert euch, ich hatte das am Wochenanfang hier gesagt, selbst wenn wir das so ein bisschen rausrechnen und hier ansetzen, naja, hätte der Kurs alle Chancen, hier zumindest vorläufig mal die Abwärtsseite noch ein bisschen zu fahren. Das ist allerdings noch nicht, auch nicht die 300 Punkte jetzt hier ein sicherer Beweis. Ich habe es euch immer gesagt, der Kurs geht jetzt hier runter. Es ist durchaus denkbar, dass wir vorher nochmal weiter nach oben gehen, vielleicht unterhalb der Marke bleiben. Zur Not würde ich sogar akzeptieren, dass wir nochmal drüber gehen. Aber nichtsdestotrotz, selbst wenn wir nochmal drüber gehen, wäre dieses Bild ein eher korrektives und die übergeordnete Erwartungshaltung durchaus nochmal geeignet für die Abwärtsbewegung. An der bleibe ich jetzt vorläufig erstmal. Ich sehe noch keine Überzeugungstat hier, weshalb ich der Meinung sein sollte, ne, die wollen doch alle. Das war jetzt mal so ein kleiner Ausrutscher. Eigentlich haben die total Bock auf Kaufen. Das sehe ich hier aktuell noch nicht. Also man kann nach wie vor eigentlich sagen, hier diesen Intraday Zwischenschort, wenn ihr das hier schön korrektiv hinkriegt, da würde ich mich wohl hinreißen lassen zu. Aber ansonsten, man muss damit rechnen, dass alles einfach mit schnellen Richtungswechseln eben gesegnet ist. Also rechnet damit auch hier im 4-Stunden-Chart. Es macht sehr den Eindruck, wir haben hier schon wieder sowas, was sehr häufig auftritt an so Wänden. Ihr seht das, wenn der Kurs dann wieder umdreht. Also auch aus dieser Sicht haben wir eigentlich eine ganz gute Chance hier nochmal für die Abwärtsseite. Klassischer Bornbar hier an der Stelle, der ebenfalls zumindest schon mal ein bisschen nach unten getriggert ist. Also man hat den Eindruck, so richtig Lust haben die Leute für Kaufen aktuell nicht. Das sieht beim S&P auch nicht anders aus. Man kann schon fast sagen, es ist dramatischer. Aber wir können es ja mal kurz dimensionieren, wenn ich von dem Hochpunkt hier bis zu dem Tiefpunkt aktuell, das war immerhin mal schnell 1% innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit. Das Hoch hatten wir hier heute morgen um 7. Hier war nochmal unsere Mittagszeit, 13 Uhr. Und da sind wir jetzt aktuell. Man könnte sogar den Eindruck haben, wird das vielleicht hier irgendwie was Fünffälliges. Auch hier gilt, wackelige Aufwärtsbewegung oder wem dieser Begriff nicht gefällt, ABC-Aufwärtsbewegung ungefähr in die Mitte dieser Bewegung wieder rein. Ein bisschen drüber, ein bisschen drunter. Oder Fibonacci-Freunde sagen 38 bis 61,8. Da irgendwo rein. Das allerdings wichtig auf korrektive Art und Weise. Und, ganz wichtig, getriggert dann auf der Abwärtsseite lässt vermuten, dass wir das, was wir da haben, nochmal bekommen. Und wer da jetzt zusammenzuckt, das grobe Ziel, so wie ich das jetzt fantasiemäßig, das wissen wir noch nicht, ob es so aussieht, aber fantasiemäßig hingezeichnet habe, das wäre dann bei 4.496. Und wenn wir uns das mal übergeordnet angucken, 4.496, das ist gar nichts. Das ist gerade mal auf dieses Zwischentief hier. Also so ein Rücksetzer ist ohne weiteres und locker vertretbar. Selbst für die Bullen wäre das etwas, wo man nicht gegen kämpfen müsste. Dann wird dann hier entschieden, ob die Bären tatsächlich die Oberhand behalten, auch die Zwischentiefs hier rausnehmen. Und dann tatsächlich ist hier nochmal in dem größeren Bild nach unten, ich habe die Zahl häufig genannt, 4.300, 4.250, so dieser Grobbereich hier, die grüne Marke, dass wir die nochmal ansteuern. Also ihr seht, ich bin leidenschaftlich wenig ein Bulle aktuell, würde mich aber sofort hinreißen lassen, auf die bullische Seite zu wechseln, wenn der Markt was macht, eben nicht korrektiv, sondern steil nach oben geht. Das alleine reicht nicht. Wir haben das so häufig, dass der Markt mal steil so, steil so, steil so, da hat man immer keine Ahnung, was wollen die da. Aber wenn dann die Gegenseite irgendwann wieder dieses klassische Muster, und das machen sie, früher oder später machen sie das, wenn ihr irgendwo eine starke Seite habt, wo ihr sagt, Mensch, hier sind sie überlappungsfrei runter, dann sind sie wackelig hier nach oben gekommen, dann ist die Fortsetzung relativ realistisch. Manchmal sieht man es, manchmal sieht man es nicht. Wenn man es nicht sieht, macht man besser nichts. Wenn man es sieht, kann man ja überlegen, ob man entsprechend da sein Trade platziert. Im Moment sehe ich das allerdings noch viel weniger, als vielleicht wackelig nach oben. Deshalb bin ich vorläufig eher auf der Abwärtsseite getrimmt oder auf die Abwärtsseite getrimmt, auch deshalb, weil ich übergeordnet ja diese Ziele hier sowieso erwarte. Das müssen wir jetzt beim Nasdaq nicht nochmal breittreten. Ihr erahnt, ups, das ist auch runtergegangen. Hier war die Abwärtsbewegung sogar 1,6 Prozent, also nochmal ein Stück mehr. Fast doppelt so viel prozentual. Naja, nicht ganz, aber ein gutes Stück mehr hier auf der Abwärtsseite. Auch hier gilt generell, jede korrektive Bewegung nach oben, ähnlich wie ich sie eben gezeichnet habe, lädt dazu ein, da ist noch mehr und machen wir uns nichts vor. Wenn wir uns diesen Bewegungsapparat hier angucken, richtig toll für die bullische Seite. Sieht das aktuell nicht aus. September, Oktober lässt grüßen. Wir müssen wohl damit rechnen, dass es mindestens volatil hin und her geht oder aber dieser letzte Abend dann nochmal passiert. Ich fände es eigentlich ganz klasse. Dann hätten wir den hinter uns. Dann könnten wir uns gemeinsam auf die Jahresendrallye vorbereiten, wenn der Kurs hier anfängt zu drehen. Wäre eine schöne aufgeräumte Kiste. Leider ist nicht immer aufgeräumt, kennt man von zu Hause. Das ist auch an der Börse nicht immer der Fall. Es wäre aber ein schönes Bild, wenn es so ungefähr so hinkäme. Denn das böte auch Orientierungspunkte. Nicht nur für mich, ich bin der Börse ziemlich egal, aber für viele, viele andere Marktteilnehmer, die auf ähnliche Weise auf die Märkte gucken und dann sagen, jetzt erkenne ich wieder, wo wir sind. Jetzt können wir wieder versuchen, irgendwas zu tun. Aber ich sage mal, so etwas motiviert eher nicht so sehr, dass hier massiv auf die Kaufseite gewechselt wird. Aktuell zumindest mal erkenne ich es nicht. Gut, mal auf den DAX abschließend. Der DAX hat zumindest mal, man könnte jetzt vermuten, Mensch, hast du doch gesagt, da ist doch jetzt Kontraktwechsel heute auf den Future. Vorsicht, das ist der Index. Auch der Index hat mit einem Gap eröffnet. Von gestern 17.30 bis heute Morgen 9 Uhr hat er sich tapfer nach oben entwickelt. Allerdings alles, was er seitdem gekonnt hat, hat welchen Eindruck? Ich mache es mal groß. Das Tageshoch lag heute hier oben bei 15.989. Und dann hat er was gemacht? Also, das sieht bisher so aus, als das kann ich mir vorstellen. Und ihr seht, die Gegenbewegungen sind überlappungsfrei. Die überschneiden sich nicht. Da ist also eine Lücke dazwischen. Ich mache das nochmal weg. Seht ihr es? Ich mache es mal so. Einmal Schub runter. Korrektiv hoch. Schub runter, dritte Welle. Vielleicht hier jetzt gerade eine Korrektur, noch eine fünfte. Vielleicht ähnlich lang wie die. Das ist nur ein Vorschlag, weil das eben sehr häufig passiert. Und dann wäre die Frage, ob wir, das wird dann aber wahrscheinlich nach dem Wochenende dann sein, wenn wir hier dann korrektiv hochkommen, dann hier nochmal die Fortsetzung. Möglicherweise machen es die amerikanischen Indizes und deren Future sogar schon vor. Deshalb können wir da gucken, was macht der DAX Future. Da sieht das Bild natürlich relativ ähnlich aus. Also es ist durchaus denkbar, dass das da entsprechend noch passiert. Also so bullisch das hier im Nahkampf aussieht, wo man sagt, Mensch, so schlimm war es doch gar nicht. Kurs hier ist schön nach oben geschossen. Das ist auch ein gutes Zeichen. Hier sieht man es auf Tagesebene so ein bisschen. Das macht doch Mut. Gehen wir wieder auf den Index zurück, dann haben wir dieses Gap-Problem nicht. Also wir sehen, wir liegen immer noch unter diesem Hoch. Was übrigens kein Trigger ist. Warum nicht? Ich brauche für den Trigger einen Hinweis, dass die Abwärtsseite zu Ende ist. Dieses Hoch ist der höchste Punkt der Aufwärtsseite. Es war nie tiefer seit hier. Also alles, was rechts ist davon, ist da als Trigger nicht wirklich geeignet. Wenn, dann wäre höchstens das hier ein Trigger. Kann man sagen, ist ja nicht so penibel. Ich mache doch hier kaum was aus. Das ist schon richtig. Aber wenn, wollen wir ja ordentlich argumentieren. Ich bin trotzdem der Meinung, dass das kein sinnvoller Trigger ist für einen Long-Einstieg. Also für uns zumindest nicht. Gibt es mehrere Argumente dafür. Wenn das wirklich schon zu Ende ist, hätten wir hier mit einem 3-Weller angefangen. Und wir wissen, echte starke Moves, die beginnen wie senkrecht. Oder von mir aus auch 5-Wellig. Aber eben nicht 3-Wellig. Das heißt, ich habe den starken Verdacht. Also ich kann mir sogar vorstellen, dass wir vielleicht sogar hier nochmal einmal hier einen höher machen. Warum nicht? Aber dass wir im Anschluss daran nochmal diese Abwärtsbewegung fahren. Also ihr seht, auch wenn es jetzt vielleicht nach oben geht oder ging, geht vielleicht auch noch. Ich habe den Eindruck, diese Abwärtsseite muss nochmal kommen. Einmal geht es noch runter, dass wir hier aufgeräumtes Bild haben. Und dann können die Marktteilnehmer beruhigt entscheiden, ob sie sagen, ah komm, jetzt ist das auch stecken hier. Jetzt gehen wir wieder long. Jetzt machen wir Jahresendrallye und freuen uns. Oder ob die Marktteilnehmer sagen, ja, alles ganz dünnes Eis. Was dann einbricht, klar, bei den Temperaturen. Und dann eben entsprechend weite Bewegungen nach unten nochmal erlaubt. Also achtet mal drauf. Ich würde für heute Nachmittag die Short-Seite wohl eher präferieren. Allerdings rechnet damit, dass vorher nochmal eine Gegenbewegung. Das irritiert immer viel. Warum Short-Seite präferieren? Gehen wir auf den DAX-Index. Der hat auch noch ein Abendprogramm. Nicht der Index. Der hat kein Abendprogramm mehr. Der macht bald Feierabend. Also es ist durchaus denkbar, dass es dann hoch geht. So von wegen, du hast auch gesagt, geht runter. Aber eben korrektiv. Und meine hoffnungsvolle Erwartung, dass es anschließend hier runter geht als nächstes. Also meine Ausrichtung ist, ich suche Shorts, brauche aber eben noch das, was ich jetzt bei allen Indizes eingezeichnet habe. In diesem Sinne hoffe ich, dass ihr das findet an den Märkten, was ihr noch braucht. Drücke euch dafür ganz fest die Daumen und sage ganz liebe Grüße. Bis zum nächsten Mal.